Du warst nicht vorbereitet! Ob ihr sie eventuell benutzen könnt. Ob ihr das ein oder andere Addon braucht, das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Ich hätte jetzt persönlich kein Must-Have Addon, außer vielleicht Deadly Boss Mods, was wirklich lohnens wäre herunterzuladen. Ansonsten könnt ihr euch aber natürlich Schritt für Schritt hier alles ansehen, wofür diese ganzen Addons alle gut sind. Als erstes schauen wir uns erstmal Addons an, die sich rund um Sammeln, Ingame drehen bzw. um Erfolge und Co., was euch dabei ein bisschen helfen kann. Deswegen machen wir den Anfang mit dem bekanntesten Addon und zwar All The Things. Das ist wie der Name schon sagt, da um alle Sachen Ingame zu collecten, egal was es ist. Und dieses Addon ist auch eines der umfangreichsten Addons, die es gibt. Das heißt, wenn ihr da wirklich alles aktiviert habt, kann es sein, dass es auch ein bisschen laggy wird. Wie funktioniert das Addon? Und zwar eigentlich, wenn man hier einfach nur Linksklicks drauf macht auf das Fenster, dann sehen wir hier so ein Pop-Up Fenster, was kommt und da sehen wir dann hier alle möglichen Dinge gelistet. Das, was hier drinnen gelistet ist, kommt allerdings darauf an, was ihr einstellt. Denn wenn ihr einmal Escape drückt, Optionen, Addons, dann hier auf All The Things, einmal runterklappen, dann hier auf General und wenn wir dann hier reinschauen, dann sehen wir hier alles mögliche, was wir uns tracken lassen können. Die interessantesten Dinge für euch sind auf der linken Seite. Da geht es nämlich rund um Reittiere, Vorlagen, verschiedene Erfolge, Quests und Co., was euch alles anzeigen lassen können. Ich erkläre euch hier im schnellen Durchgang nur die wichtigsten Sachen. Und zwar Account-Modus bedeutet, ihr wollt nicht nur, dass auf dem aktuellen Scharf ihr mir eingeloggt seid sehen, sondern ihr wollt alles sehen. Das ist natürlich jetzt praktisch, denn seit The War Within können wir ja alle T-Mog-Sachen sammeln. Auch wenn ich jetzt Plattenräger bin, kann ich auch Stoffteile sammeln. Deswegen macht es auch Sinn, den Account-Modus einzuschalten. Wollt ihr das nicht und ihr wollt nur zum Beispiel für Paladin sammeln, dann macht ihr den Account-Modus aus. Dann seht ihr nur das auf dem Paladin jetzt in dem Sinne. Ansonsten, ich in meinem Fall habe das hier immer an. Und dann setzt euch am besten nur dort den Haken, was ihr gerade machen wollt. Denn ansonsten kann es nämlich sein, dass das Addon sehr viel Speicher frisst. Und beim Einloggen, wenn er alles lädt, kann es immer sein, dass es ein bisschen länger dauert. Deswegen setzt immer nur dort den Haken, was er gerade macht. Ich zum Beispiel, mich interessiert, wo die ganzen Quests sind, die mir gerade fehlen. Und dann habe ich hier für Quests einmal gesetzt. Ihr könnt aber natürlich hier auch alles Mögliche anhaken. Aber ihr seht schon, dann lädt das immer, dann hakt das hier ein bisschen ab, weil er natürlich alle möglichen Sachen halt hier immer mit reinladen muss. Das Addon selber, wie gesagt, sehen wir dann hier alles Mögliche, was man hier collecten kann. Zum Beispiel sehen wir, hier gibt es zum Beispiel für Schamanen eine Illusion, die mir noch fehlt und die könnte ich farmen. Wenn man jetzt hier mit Alt-Links-Klick drauf drückt, dann kriegt man hier auch eine Markierung. Das funktioniert allerdings nur mit dem Addon-Handynode zusammen. Das heißt, das Addon gibt ja auch noch Wegpunkte und teilweise auch Erklärungen zu gewissen Sachen. Wenn du aufs Item oder auf den Reiter drauf fährst, dann kriegst du auch immer eine Erklärung mit dazu, wo es das gibt. Wenn ich aber wie gesagt Alt-Gedrückt halte und Links-Klick zum Beispiel jetzt auf den Raid mache, weil ich nicht weiß, wo der Raid ist, dann wird mir, oder Alt-Rechst-Klick war es so, nicht Links-Klick, dann wird mir hier automatisch zum Beispiel der Raid markiert, damit ich weiß, wo ich halt hin muss. Also das ist auch ganz praktisch. Das funktioniert aber wie gesagt nur mit Handynodes zusammen, wenn ihr dieses Feature nutzen wollt. Ansonsten seht ihr hier alles mögliche gelistet, was es halt irgendwie in Game gibt. Und ihr könnt euch hier mal eine Zonen-Map anzeigen lassen. Das heißt, wenn ihr Steuerung-Links-Klick drauf drückt, auf All the Things of the Icon, dann seht ihr nur die aktuelle Zone, was hier gerade so am Start ist, was man hier gerade alles machen könnte und was mir hier zum Beispiel gerade fehlt. Das wäre nochmal extra, wenn ihr nicht gerade die große Übersicht mehr oder weniger braucht. Ansonsten könnt ihr, wie gesagt, das Ganze auch jederzeit zumachen. Nummer zwei ist das Addon-Handynodes. Und bei Handynodes haben wir ja gerade schon davon gehört, das ist ebenfalls ganz praktisch zum Sammeln von allen möglichen Dingen, die auf der Karte markiert werden können. Egal, ob er Folge oder sonstiges. Bei Handynodes gibt es auch zahlreiche Zusätze. Das heißt, ihr braucht einmal das Base Addon Handynodes und ihr könnt euch dann Zusätze runterladen für die jeweilige Expansion, wo ihr gerade fahren wollt. Es gibt also Handynodes Dragonflight, Handynodes The War Within, Handynodes Shadowlands und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch den jeweiligen extra Zusatz noch mit runterladen, je nachdem, was ihr haben wollt. Was macht dieses Addon? Und zwar, wenn ich auf die Karte drücke, dann habt ihr hier oben so ein Pop-Up. Das sehen wir schon, Handynodes The War Within. Das ist also der Zusatz für TWW gerade. Und dann kann ich hier draufdrücken und dann kann ich hier verschiedene Sachen anzeigen lassen. Baseline drinnen sind seltene Gegner, kann ich aber auch wegmachen, sehen wir. Dann sehen wir hier überall die Rares. Da steht auch dabei, was diese droppen. Ob ihr den Ruf schon bekommen habt. Zum Beispiel blauer Kopf heißt, ich habe die Woche den noch nicht gekillt. Das heißt, ich kriege hier auch noch den Ruf. Und dann sehen wir halt auch noch, was für Vorlagen dort fehlen, weil es zum Beispiel Transmog gibt. Das ist also immer sehr praktisch. Das gleiche gilt für Schätze. Habe ich in dem Fall alle gesammelt hier. Das sind nämlich die einzigartigen Schätze. Und ihr könnt euch in den jeweiligen Zonen auch immer die Erfolge und Co anzeigen lassen oder Sonstiges. Aufgewühlte Erde. Das wären zum Beispiel die Spawns, die dann hier sein könnten für die Erde. Drachenrennen kann ich mir anzeigen lassen, wenn ich nicht weiß, wo diese sind. Da kriege ich auch die Anzeige, ob ich hier schon alles abgeschlossen habe für die jeweiligen Rennen, für die Erfolge. Und dann gibt es auch noch die gebietspezifischen Erfolge. Kann ich hier drauf fahren und dann kann ich mir das hier jeweils anhaken. In meinem Fall, wie gesagt, wenn ich hier zeige, abgeschlossen ist, dann sehen wir hier wieder die ganzen Sachen aufploppen. Habe ich halt alles schon gemacht und dann braucht man das auch nicht mehr. Das kann man auch größer, kleiner machen, wenn man sich irgendwie schwer tut, das zu sehen. Und dann hat man hier so eine kleine Hilfe bei den Achievements. Und da steht auch immer dabei, was man halt machen muss dann, wenn wir hier zum Beispiel schauen, am Strand und Alp des Loftschiffs. Das heißt, da habe ich auch immer eine Erklärung dabei, manchmal auf Englisch, wenn es noch nicht übersetzt wurde auf Deutsch. Dann ist es natürlich in der anderen Sprache noch am Start. Aber das hilft halt auch immer sehr, alle möglichen Dinge abzuschließen. Deswegen Handy Notes und je nachdem, in welcher Zone ihr farmt, also in welcher Expansion, halt den jeweiligen Zusatz noch mit dazu. Als nächstes haben wir das Add-on Can I Mog It? Dieses Add-on ist sehr praktisch dafür, um zu sehen, ob er Transmog bereits hat oder nicht hat. Das hört sich jetzt ein bisschen sinnlos an, aber ihr werdet gleich drauf kommen, warum das recht praktisch ist. Bevor wir uns das ansehen, aber ganz kurz, ihr habt noch einen Bonus, da werde ich nämlich oft danach gefragt. Und zwar, wenn man hier auf Sets geht, sieht man hier, weil das ist 0 von 7. Das macht ebenfalls dieses Add-on. Das heißt, wenn ihr hier gerne angezeigt haben wollt, von welchem Set ihr wie viel habt, das macht das Add-on, wie gesagt, auch noch mit dazu. Komischerweise trackt das jetzt auch nicht vorhandene Elite-Sets. Das heißt, hier zum Beispiel fehlt mir das Elite-Set, was es gar nicht mehr gibt und dann steht das auch dabei. Aber ich glaube, das kann man im Add-on auch ausschalten, wenn man das nicht haben möchte. Das Add-on ist aber eigentlich ganz nice für Items im Inventar. Denn ihr seht dann immer so einen Haken mit dabei. Das kann ich euch über das Auktionshaus gerade ein bisschen schöner zeigen. Und zwar, wenn ich hier auf nur nicht gesammelte Items gehe und dann auf suchen gehe, dann sehen wir zum Beispiel hier ein Kreuz. Kreuz bedeutet, ich habe die Vorlage gar nicht. Das heißt, wenn das Item beim Anlegen gebunden ist, das muss ich ja entweder verkaufen, entzaubern oder sonst irgendwas oder anlegen, damit ich es als Strandsmog habe, dann weiß ich automatisch, ah, das fehlt mir. Das gibt es natürlich auch hier mehrere Icons. Zum Beispiel hier anhand von dem Kreis, gelber Kreis mit Haken bedeutet, durch einen anderen Gegenstand erlernt. Das heißt, dieser Umhang besitzt das gleiche Aussehen wie irgendein anderer Gegenstand. Den anderen Gegenstand habe ich schon. Das heißt, muss man dann wissen, will ich das kaufen, will ich das nicht kaufen. Den Stern gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Früher war immer so ein Stern dabei, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich kann ja mit jeder Klasse alles lernen. Das heißt, hier seht ihr halt nochmal schön und knapp im Inventar, ob ihr irgendwas habt oder es nicht habt. Das ist gerade, wenn man irgendwie alte Dungeons läuft und das ganze Inventar ist voll mit irgendwas, dann sehe ich es halt direkt raus. Aus A-Kreuzchen, das lerne ich halt quasi und das andere kann ich mehr oder weniger direkt verwerfen. Das ist also immer ganz praktisch für mich persönlich. Keine Mockit, kann ich jedem empfehlen. Und wenn wir schon bei Sammlung und Auktionshaus sind, bleiben wir gleich beim Auktionshaus und zwar mit dem Add-on Collectinator. Das ist dafür da, um Transmog aus dem A-H, den ihr noch nicht habt, relativ leicht rauszusnipen. Das heißt, wir können unten auf Collectings einmal klicken, haben da so ein Bonus-Popup und dann können wir hier ganz einfach einmal Scannen drücken. Dann scannt ihr das A-H durch. Wenn ihr andere Add-ons habt, wie TSM oder Auktionat oder sonstiges und ihr habt bereits gescannt, dann könnt ihr natürlich hier nicht scannen, weil das A-H lässt ja seit einer gewissen Zeit, ich glaube jetzt schon seit drei Add-ons oder so, nur noch einen Scan alle 10-15 Minuten um den Dreh zu. Das heißt, müsst ihr halt abwiegen, was ihr gerade am ehesten machen wollt. Wenn ihr es hier durchgescannt habt, das dauert natürlich immer ein bisschen, dann könnt ihr hier weitermachen. Wie gesagt, 100% sind erreicht und dann kann ich hier draufdrücken auf das, was mich interessiert. Transmog haust ihre Spielzeuge, reiht ihr eure Rezepte. In meinem Fall will ich Transmog sehen. Dann kann ich hier anzeigen, nur für meinen Charakter oder für alle Charaktere. Dann sehe ich hier nur Items, die mir in meinem Fall gerade fehlen und das sortiert nach dem billigsten. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ja, ich würde gerne den T-Mogs haben, dann drücke ich hier auf Start Buy und dann kann ich hier einfach Buy und dann kauft halt quasi Stück für Stück alles runter und dann kann ich mir halt die billigsten Items mehr oder weniger zusammen snipen und alles lernen, was mir in irgendeiner Art und Weise noch vom Transmog fehlt. Ist natürlich, wie gesagt, ganz praktisch, wenn man wirklich alles im Game sammeln will. Und ja, da kann man halt auch wieder zum Beispiel bereits gesammelte Aussehen ausschalten. Das ist jetzt, wenn man wieder das gleiche Aussehen schon hat, aber zum Beispiel von einem anderen Item das Ganze jetzt in dem Fall noch nicht hat. Ich in meinem Fall kaufe immer bis zu einem gewissen Preis alles, was mich halt irgendwie ansieht und dann mehr oder weniger lasse ich es wieder und schaue dann mal in den nächsten paar Tagen wieder rein, ob es halt wieder irgendwas gibt, was ich will. Jetzt hatten wir gerade eben schon Handynotes, aber ich benutze noch ein zweites Add-on für Rares auf der Karte und das nennt sich Silver Dragon. Silver Dragon ist dazu da, um Rares in alten Zonen anzuzeigen, denn dann brauche ich nicht alle Zusätze von Handynotes. Wenn ich jetzt also hier in ganz alten Zonen unterwegs bin, dann kann ich mir mit Silver Dragon die alten Rares hier anzeigen lassen. Auf Main habe ich es gerade ausgeschalten, aber das wäre gleich wie hier bei Handynotes beim aktuellen, dass dann einfach die toten Köpfe hier angezeigt werden. Das funktioniert dann halt in Classic, in Scherbenwelt und so weiter, wenn man da noch was farmen will. Bei Silver Dragon sollte man aber in die Optionen reingehen und den Sound ausstellen, also kommt immer so ein dröten Sound jedes Mal, wenn man einen Rare findet. Ich meine, manche Leute mögen das, ich mag das persönlich gar nicht, deswegen stelle ich diese Sounddinger immer aus. Aber wie gesagt, Silver Dragon habe ich da auch immer mit dabei. Das Add-on Candy Buckets, das ist sehr, sehr praktisch, wenn man die unzähligen Welt-Events innerhalb von WoW spielt, die das Jahr über sind. Das heißt, wenn ihr hier reinschaut, dann gibt es ja Welt-Events wie das Braufest, es gibt Schlotternächte, es gibt Sonnenwende-Fest und so weiter und so fort. Da gibt es ja immer verschiedene Sachen auf der Welt zu sammeln, bei zum Beispiel Schlotternächte gibt es ja diese Süßigkeiten-Eimer, die überall auf der Welt sind. Und damit ihr die nicht irgendwie mit Koordinaten suchen müsst oder so, könnt ihr das Add-on Candy Buckets runterladen. Das Add-on schaltet sich automatisch ein, sobald ein Event quasi startet. Das heißt, wenn jetzt Halloween gerade wäre, dann kriege ich auf der kompletten Karte überall angezeigt, wo sich denn diese Süßigkeiten einmal befinden. Und das Add-on, das switcht immer automatisch, wenn es halt jetzt irgendein anderes Event ist, dann zeigt es mir halt jeweils die Dinge dort an. Das ist immer sehr, sehr praktisch, wenn man halt da irgendwas farmen will, weil es halt bei den Events ziemlich viele Rewards zu holen gibt. Zum Sammeln von Druiden-Gestalten, Soul-Shape-Formen aus Shadowlands oder auch die Manuskripte aus Dragonflight für die Drachen-Kustomisierung gibt es das Add-on Manuskript-Journal. Das zeigt euch nämlich hier, wenn ihr auf die Kriegsmeutensammlung drückt, seht ihr links unten Manuskripte, könnt ihr draufdrücken und dann seht ihr hier mehr oder weniger die verschiedenen Dinge. Ich bin jetzt in dem Fall gerade auf den Paladin eingeloggt, das heißt, ich sehe die Druiden-Formen nicht, aber ich sehe hier zum Beispiel die Manuskripte. Das heißt, mir fehlt hier zum Beispiel ein Manuskript, kann ich auch ausblenden, weil die Gladiatoren-Dinger, glaube ich, sind hier auch angezeigt. Und dann kann ich halt schauen, wo es diese gibt und kann die jeweiligen Manuskripte hier auch sammeln. Gleiche gilt auch für die Seelengestalten. Ich in dem Fall habe die auch für meinen Priester gefarmt und nicht auf den Paladin. Aber dann sieht man hier ebenfalls die ganzen Seelengestalten, was es halt bei Adenwald zum Beispiel zum Abholen gab. Wenn ihr auf einem Druiden eingeloggt seid, habt ihr hier noch einen Reiter, da sind dann die ganzen Druiden-Formen mit dabei. Also das ist ganz, ganz praktisch, wenn ihr halt die verschiedenen Sachen in-Game sammeln wollt, was jetzt nicht in dem normalen Collection-Interface mit drinnen sind. Ebenfalls ein Add-on, nach dem ich oft gefragt werde, wenn ich irgendwelche Achievement-Runs innerhalb vom Stream organisiere, das ist das Add-on Instance Achievement Tracker. Das ist dazu da, um Erfolge innerhalb von Instanzen und Rates zu tracken und auch automatisch erklärt zu bekommen, was man machen muss, um die jeweiligen Erfolge abzuschließen. Wenn ihr im Chat IAT, also die Abkürzung Instance Achievement Tracker, eingibt, dann sehen wir dieses Fenster. Da sehen wir schon, gibt es schon ein bisschen viel, das ragt hier schon komplett raus. Aber wir haben hier erstens Einstellung und dann haben wir hier die jeweiligen Add-ons. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel in Legion unterwegs seid und ihr wollt an Toros gerade Achievement-Run machen, dann habt ihr hier mal Output-Players. Das heißt, es postet halt quasi automatisch hier mit Output-Tactics die Taktik in den Raid-Chat. Ihr könnt das aber auch runterscrollen und dann sehen wir schon, um diesen Erfolg zu erzielen, greife ich den Boss an, warte, bis die Spieler von Dezimierung als Ziel ausgewählt werden. Sobald die Spieler ins Visier genommen wurden, erscheinen mehrere Seuchen-Schuppenwurm auf dem Boden, las die von Dezimierung anvisierten Spieler auf die Seuchen-Schuppen stehen, bis Dezimierung abläuft. Und da habe ich halt mehr oder weniger überall die Erklärungen für jedes Achievement. Das heißt, da steht auch direkt dabei, ist es solo machbar, ist es nicht solo machbar, ob man irgendwo was braucht, ob man ihn direkt einfach umhauen kann. Zum Beispiel Maximalstufe kann ich Bosse einfach killen. Okay, gehe ich halt hier rein und hau die Bosse alle oben, habe alle Erfolge mitgenommen. Heißt also, wenn ihr hier Probleme habt bei den Achievements und die alle mal unbedingt machen wollt, Instance-Achievement-Tracker ist euer Freund und Helfer für das Ganze. Wie gesagt, das callt auch im Raid immer automatisch, wenn jemand einen Fehler gemacht hat. Oder wenn ich jetzt also Dragonflight organisieren würde und irgendjemand macht einen Fehler und der Erfolg wäre dadurch vorbei. Neue Erfolge sind leider nicht übersetzt. Und der Erfolg wäre mehr oder weniger vorbei. Dann schreit das Addon halt Stopp. Der Erfolg ist vorbei. Und dann können wir uns halt mehr oder weniger noch wipen, das Ganze erneut zu versuchen. LFR of the Past ist ein Addon. Das hilft euch dabei, die Schlachtzugs-Browser-Varianten ein bisschen leichter auseinander zu kennen und zu angezeigt zu bekommen, ob er hier schon irgendwo drinnen war. Denn es gibt ja die LFR-Rades nach wie vor, auch von vergangenen Expansions. Wenn man zum Beispiel Drachenseele will, steht der NPC direkt vom Eingang. Wenn man Warlords of Draenor will, braucht man eine Garni auf Stufe 2. Da sitzt ein Ork einfach drin, kann man anreden. Im Falle von Mists of Banderia kann man im Tal der ewigen Blüten zu den Lernsuchern oben gehen. Im Falle von Legion kann man hier Dalaran zum Beispiel hier zum NPC hingehen. Und was macht das Addon dann schlussendlich? Wenn ich hier so einen NPC andrücke, dann sehe ich hier automatisch, wie viele Bosse drinnen sind. Zum Beispiel 0 von 3 sind hier drinnen. Und es steht auch dabei, welcher Boss wo drinnen ist. Ich persönlich war auch immer verwirrt, weil ich nicht auswendig weiß, welchen LFR-Wing welcher Boss drinnen ist. Und wenn ich dann was Spezifisches farmen will, dann habe ich mich oft für den Falschen angemeldet. Deswegen, das hilft natürlich sehr, sehr stark. Wenn ihr seht, steht auch verfügbar dabei und so weiter. Und dann seht ihr halt genau, habe ich die Bosse schon gelegt diese Woche und welcher Boss ist mehr oder weniger in welchem Wing hier drinnen. Jetzt kommen wir zu den Addons, die sich mehr um Interface-Sachen als auch um Zugänglichkeit für verschiedenen Content beziehen. Und den Anfang machen wir hier mit Aldoholic. Auch ein Addon, das ich schon ewig lange habe. Das ist das hier. Und zwar, wenn man das aufmacht, dann sieht man hier seine Chars. Man muss natürlich mit jedem Charakter einmal eingeloggt sein, damit die hier auch alle wunderbar übernommen werden. Das Addon hat momentan zum aktuellen Zeitpunkt gerade irgendeinen Fehler drin. Deswegen stimmt das hier auch aktuell. Nenne ich zum Beispiel auch 1700 Tage Spielzeit. Das zeigt auch nicht mehr ganz richtig an. Hoffentlich bald gefixt. Aber ihr seht auch hier zum Beispiel, wie viel Gold ihr habt. Ist heutzutage nicht mehr so wichtig, weil man ja jetzt zum Beispiel die Kriegsbeutenbank hat und so. Aber da sieht man zum Beispiel, welcher Char wie viel Gold gerade rumliegen hat. Das hilft auch noch ein bisschen. Man hat hier noch zahlreiche andere Funktionen mit drin. Ich benutze aber ehrlich kaum welche davon. Ich habe das immer benutzt für meinen Gold-Track, für die Spielzeit, die ich habe. Also auch um rauszufinden, welcher Char gewisse Items in der Tasche hat. Weil das kann man halt hier auch easy rausfinden. Außerdem auch noch praktisch, das Add-on zeigt auch automatisch über die Items an, ob ich hier noch andere Items mehr oder weniger auf einem anderen Charakter rumliegen habe. Das heißt, wenn ich hier irgendwas suche, dann hier drauf fahre, dann sehe ich zum Beispiel meinen Krieger hat 26 von dem Wachs gerade rumliegen, mein Shami 1, mein Hunter 2 und so. Das hilft da immer ganz, ganz stark, wenn man halt irgendwas sucht. Das, wenn man schon mal eingeloggt war natürlich mit dem Char, dann kann dir das Add-on automatisch anzeigen, auf welchem Server sich diese Gegenstände befinden. Dann haben wir das Add-on World Quest Tracker. Das zeigt einfach eine schönere Übersicht der Well-Quests an. Das heißt, dann hat man nicht dieses Standard-Aussehen, was Blizzard hat, sondern ich sehe hier direkt den Reward von den jeweiligen Well-Quests. Wenn welche ab sind, habe ich schon ziemlich viele gefahren, deswegen, aber man sieht halt hier leichter, was für eine Belohnung es wofür gibt. Außerdem habe ich hier links so eine Zusammenfassung. Man könnte natürlich in den Optionen noch mehr einstellen, dass man das irgendwie anders angezeigt kriegt. Das funktioniert auch für alle anderen Expansions. Das heißt, wenn ich hier irgendwas haben will, dann kann ich da auch jederzeit einfach über die Karte draufgehen und sehe, wie viel Gold ist zum Beispiel gerade ab und so weiter und so fort. Dann tue ich mir halt leichter, irgendwo die Rewards rauszufinden, als mit dem Standard-Blizzard-Interface. Die ja Charakter-Stats, das hilft dabei, um eine schönere Übersicht innerhalb vom Charakter-Info-Fenster zu kriegen. Zum Beispiel steht das Item-Level dann direkt auf dem Gegenstand drauf, als auch man kann hier auf dieses Schloss drücken und dann kann man sich hier mehr Sachen anzeigen lassen, die man halt unbedingt sehen möchte. Die einzelnen Werte, wie viel man hat, Verteidigungs-Stats, wie viel Bewegungsgeschwindigkeit und Sonstiges. Das kann ich mir hier alles anzeigen lassen und ich kann das natürlich hier auch rumhofen, falls ich das irgendwie anders aufbauen will, damit man hier generell halt eine schönere Übersicht hat von den verschiedenen Charakterwerten. Als DPS bzw. Damage-Meter habe ich Details. Da gab es ja früher zum Beispiel Recounts, Garda und Co. Heutzutage nutzt man hauptsächlich Details und das ist hier rechts unten zu sehen. Das heißt, wenn ich hier Schaden mache in irgendeiner Art und Weise, dann zeigt mir das immer an, wie viel logischerweise, also wie viel Schaden pro Sekunde, je nachdem, was ich einstelle. Ich kann natürlich hier Verursachter-Schaden nur DPS. Ich habe immer Verursachter-Schaden, weil da sehe ich erstens, wie viel Schaden habe ich gemacht und wie viel Schaden pro Sekunde verursache ich. Außerdem, wenn er Links-Klick drauf macht, dann seht er auch wunderschön den Breakdown. Das hilft immer sehr, um zu verstehen, warum zum Beispiel jemand mit der gleichen Klasse und dem gleichen Gear besser performt hat als ihr. Ihr könnt zum Beispiel hier überhaupt auf Compare gehen oder ihr könnt einfach hier schauen, wie viel zum Beispiel hat er benutzt. Wir sehen eine Wirkung, 115.000 Damage, Crit-Damage und so weiter. Da kann man alles schauen, was hier passiert ist und was wie viel gemacht hat. Das heißt, da hat man hier nochmal eine wunderschöne Zusammenfassung. Wenn einem das wirklich interessiert, dann kann man das hier durchklicken. Ansonsten kann man auch jederzeit hier auf die anderen Sachen gehen, zum Beispiel wie oft wurde unterbrochen, wie oft wurde Dispell, Tode, Abklingzeiten und so weiter und so fort. Aktuelles Segment bedeutet immer, wenn ich In-Fight bin, dann wird das aktuelle Segment genommen. Ansonsten kann ich auch Gesamt oder wenn hier ein Segment bereits erstellt wurde. Das heißt, wenn ich kompletten Dungeon gecleared habe, dann ist hier am Ende zum Beispiel der Dungeon-Name, kann ich draufdrücken und dann sehe ich den Overall Damage Breakdown sogar mit Grafen und so, wann ich wie viel Schaden gemacht habe und so weiter und so fort. Also das ist wirklich sehr, sehr detailliert. In die Optionen könnt ihr rein, wenn ihr hier auf das Zahnrad fahrt, Optionsmenüs und dann könnt ihr hier das ganze Add-on auch noch einstellen. Da haben wir ja Titelleisten, Balkentexte. Da könnt ihr euch das kustomisieren, wie ihr wollt. Ich habe da einfach den Hintergrund durchsichtig gemacht und das war es, glaube ich, auch schon. Ansonsten kann man hier auch noch den Intervall zum Beispiel runter, also Zeit zwischen den Aktualisierungen. Umso weiter das unten ist, umso akkurater ist es in der aktuellen Sekunde, aber umso mehr Leistung frisst das Add-on halt. Also man kann das halt zum Beispiel auch weiter nach oben drehen und dann sieht man eh, es wird alle 3,3 oder 0,3 Sekunden refreshed, alle 3 Sekunden und so weiter und so fort. Also je nachdem, was man da haben will. Ansonsten, wie gesagt, Balkentexte, Titelleiste, Fenster, Körper und so weiter, könnt ihr halt die Farbe und so weiter alles einstellen, was ihr vom Add-on genau sehen möchtet. Hat schon kurz aufploppen Sinn, aber wir machen weiter mit Saved Instances. Das ist das Add-on hier oben. Ich habe das ziemlich groß gestellt hier. Wenn ich draufdrücke, dann bleibt es auch permanent, ansonsten kann man auch mit der Maus einfach nur drauf fahren. Aber was macht das Add-on? Das ist einfach eine Übersicht, was ich gemacht habe die Woche. Ihr könnt euch in dem Add-on so gut wie alles anzeigen lassen, was ihr anzeigen möchtet. Ihr seht, wie viele Tapferkeitssteine ich auf welchem Charakter habe. Ich sehe auch noch eine große Übersicht, wenn ich drauf fahre. Ich sehe, ob ich Eroberungspunkte gefarmt habe, Ere, Flugsteine und so weiter und so fort. Berufungen, welche ich abgeschlossen habe. Das ist überhaupt noch aus Shadowlands zum Beispiel. BVP, ob ich Cap bin, das gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Aber das kann man halt alles einstellen, wenn man in die Add-on-Optionen einmal reingeht. Und zwar unter Escape-Optionen, Add-ons, Saved Instances einmal runterklappen und dann kann ich hier abzeichnen. Zum Beispiel, was für Abzeichen will ich angezeigt kriegen. Eroberungspunkte, Ere, was für Wappen zum Beispiel. Traumwappen machen jetzt keinen Sinn mehr, weil die gibt es ja gar nicht mehr. Das war ja überhaupt aus Dragonflight noch. Das heißt, das brauchen wir in dem Sinne gar nicht mehr. Die alten Funken und so weiter brauchen wir alle nicht mehr. Und dann können wir halt die neuen Sachen, wie Tapferkeitssteine, verwittertes, die Schlüssel und so weiter. Alles, was da irgendwie interessant ist, kann man sich mehr oder weniger tracken lassen. Das heißt, ihr könnt euch da einfach durchdrücken, was euch interessiert und welche Charaktere ihr angezeigt haben wollt. Ich zum Beispiel habe ja meine 13 Mains, also von jeder Klasse einen. Und dann habe ich andere Chars, die mich jetzt nicht unbedingt interessieren. Zum Beispiel, da, das ist der aus dem Remix-Event, will ich jetzt nicht unbedingt angezeigt haben, deswegen nie anzeigen. Und dann wird auch gar nicht angezeigt. Es sind immer neue Chars drinnen, die man dann dort tracken kann. Und dann sieht man hier Sortierung. 1, 2, 3, 4, 5. Also welcher Chars in welche Reihenfolge kommt. Und ich in dem Fall habe hier, wie gesagt, meine 13 Mains drinnen. Und dann sehe ich halt immer die 13 Charaktere hier in der Liste, die ich halt gerade brauche. Und weiß, was ich abgeschlossen habe, was ich nicht abgeschlossen habe. Dann schauen wir uns Big Debuffs an. Das ist, wie der Name schon sagt, einfach eine größere Anzeige für alle möglichen Debuffs, die ihr benutzt. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel zu so einem Mob rangehe und jetzt in dem Falle einen Stun benutze, dann sehen wir hier riesengroßes Icon daneben mit dem Timer und im Unit Frame von ihm sehen wir es auch, wie lange dieser Stun genau anhält. Das heißt, wenn ich hier irgendwas benutze, habe ich immer eine schönere Anzeige, wann, wie lange jemand davon betroffen ist. Was es noch macht im BVP, wenn jetzt zum Beispiel ein anderer Paladin seine Wings zieht, dann sehe ich hier auch den Timer, wie lange die noch aktiv sind. Oder eisige Art und vom Magier und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel meine Wings aktiviere, sehe ich hier genau den 10-Sekunden-Timer mittendrin. Und dann weiß ich halt, oder wenn es refreshed wird, dann sehe ich immer gleich, wie lange ist das noch zur Verfügung. Wie lange halten Debuffs an? Also wichtige Debuffs, wenn ich jetzt hier in Reckoning sogar gar nicht angezeigt, kann man sich alles anzeigen lassen. Aber Aschewelle zum Beispiel, der Debuff, wie lange der anhält und so weiter und so fort. Also das ist ganz praktisch, wenn man halt eine bessere Übersicht haben will. Ein Add-On, was ich für PvP eigentlich immer benutze, ist Omnibar. Ja, Omnibar ist eine Anzeige, die mir gestartet quasi zu erfahren, wie lange hat der Gegner noch Cooldown auf seinen Unterbrechungseffekt, auf seinen Betäubungseffekt, was auch immer. Kann ich euch hier nur über die Optionen einmal schauen. Und zwar Optionen, Add-Ons und dann haben wir hier Omnibar und dann kann ich hier zum Beispiel Test All drücken. Und da sehen wir, links oben habe ich das in meinem Fall. Sehe ich jetzt, wie lange Cooldowns die Kicks haben. Ich persönlich lasse mir nur Unterbrechungen davon anzeigen, weil ich halt immer wissen will, wann kann der mich jetzt wieder unterbrechen, wenn ich jetzt Heiler oder Caster oder sonst irgendwas spiele. Und dann weiß ich genau, ah, der hat gerade unterbrochen und das dauert jetzt noch 5 Sekunden, bis er das nächste Mal unterbrechen kann. Das kann aber sein, dass es nicht zu 100% stimmt, denn manchmal gibt es ja gewisse Talente im Talentbaum, wie beim Magier, wenn er jetzt kickt, dass er einen kürzeren Kick hat. Das kann manchmal sein, dass es nicht zu 100% stimmt, aber im Großen und Ganzen ist es ganz praktisch zu erfahren, hat er jetzt einen Kick gerade ab oder nicht. Dann gibt es noch ein Add-on, das fast gleich heißt und zwar Omni-CD. Omni-CD zeigt euch die Cooldowns eurer Mitglieder an, das vor allem praktisch in Mythic Plus, als auch in BVP oder eventuell auch in Schlagzügen, dass ich sehe, wer was noch zur Verfügung hat. Wenn wir hier einmal schauen, wenn ich in der Gruppe bin, sehen wir hier zum Beispiel, ich habe jetzt meinen Priester hier eingeladen und ich sehe gerade, ich habe CD-Ready, PI, Live-Swap, Dispersion und 4. Das heißt, ich sehe auch meine Cooldowns hier unten nochmal in dem Unit-Frame und weiß deswegen, welche Sachen ich noch zur Verfügung habe und was der andere noch zum Beispiel hätte benutzen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, der Priester, der PI bereit, kannst du mir das mal buffen zum Beispiel. Außerdem kriege ich hier oben noch eine Bar, wo ich sehe, wie lange der Cooldown noch ist von der Unterbrechung. Das heißt, wenn ich Unterbrechung wirke, dann geht hier ein Timer und dann sehe ich, wer gerade wann noch kicken kann. Wenn er Escape drückt, Optionen, dann einmal Add-ons und dann hier auf Omni-CD geht, könnt ihr hier, seht ihr schon die Kürzel oder einfach hier drauf drücken. Hoppala, dann haben wir hier einmal die Einstellungen mit bereit und da sehen wir hier Sichtbarkeit. Ich habe das normalerweise nur in Dungeons & Arenas. Ich habe es hier gerade in Außenbereichen angemacht, damit ich es euch ja zeigen kann, weil wenn das aussieht, dann sehe ich es halt nicht, weil in Außenbereichen brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Ansonsten kann man hier alles einschalten und konfigurieren, wie man das haben will. Das heißt, klickt euch da einfach durch, könnt die Icons genau da anbringen, wo ihr das am liebsten haben möchtet, damit ihr halt alle möglichen Dinger hier seht und könnt das halt einstellen. Hier, Arena-Auswärme, Dungeon-Schlachtfelder, könnt auch die Profile dann jederzeit hier einfach laden, welche ihr gerade haben möchtet, damit ihr die dann nicht nochmal einstellen müsst. Und ja, dann habt ihr so eine schönere Übersicht, wer gerade über welche Sachen verfügt. Zu den nächsten Bar-Add-ons gibt es nicht viel zu sagen. Ich gebe euch dann nur eine ganz kurse Erklärung und fliege da einfach durch ein paar Sachen durch, die jetzt nicht allzu viel können. Das erste, was ich benutze für Mythic Plus ist Angry Keystones. Das zeigt mir einfach an, wie viel Prozent für die Leiste, also was man füllen muss in Mythic Plus, quasi einen Gegner gibt, wenn ich in Mythic Plus einen töte. Außerdem zeigt es mir an, ob das jetzt ein Key wird, der plus 1, plus 2 oder plus 3 gespielt wird und aber eine leichtere Übersicht. Als nächstes haben wir das Add-on Auto-Quest. Das ist dafür da, um Quests automatisch anzunehmen und abzugeben, als auch Dialoge automatisch zu überspringen. Gerade wenn man jetzt schon das zehnte Mal einen Charakter gelevelt hat, dann braucht man natürlich die Quests alle nicht mehr lesen und dann will man das einfach nur durchskippen und dann geht das mit einem Add-on, das automatisch annimmt, abgibt schneller. Es gibt Alternativen, wie zum Beispiel Acerod Auto-Pilot, ich glaube Leatrix Plus, haben eigentlich ziemlich viele dieses Feature drin. Ich wollte aber nur ein Add-on, das einfach nur Quests annimmt und abgibt und Dialoge skippt. Und das macht das Add-on perfekt. Deswegen Auto-Quests, da meine Wahl. Dann haben wir das Add-on Capping. Capping ist für PvP. Das sind einfach ein Timer-Error. Das heißt, das zeigt mir an, wie lange dauert es noch, bis wir eine gewisse Base übernommen haben oder wie viel Prozent ein Boss in einem Epic-BG zum Beispiel noch hat. Dann haben wir Narzissus. Narzissus ist eigentlich nur für Screenshots. Ich benutze es hauptsächlich für Thumbnails. Das ist nämlich hier oben. Da kann man einmal draufdrücken und dann hat man entweder so eine schönere Übersicht oder wenn man mit dem Rechtsklick draufdrückt, dann kommt sein Charakter und dann kann man hier so verschiedene Einstellungen machen und verschiedene Animationen und so weiter und so fort. Und dann kann man hier als Screenshots und so weiter machen. Und ich, wie gesagt, benutze das persönlich einfach für meine Thumbnails, die ich auf YouTube benutze. Da ist es immer ganz, ganz praktisch. Auch oft gefragt wird, warum meine Helfbar hier in der Farbe vom Paladin ist. Sehen wir hier einmal die Palafarbe und das Palar-Icon drinnen. Das geht natürlich auch bei den ganzen anderen Klassen. Das ist das Add-on Helfbar Colors. Ihr könnt allerdings das Palar-Icon auch standardmäßig einzeigen lassen und zwar über Optionen und dann hier einfach Klasse eingeben. Und dann seht ihr hier schon, könnt ihr das einmal anhaken. Das ist aber einmal für die Raid Frames als auch für das Klassensymbol an sich. Ansonsten bei sich selber geht es über Helfbar Colors. Kann man halt hier, ach so, gibt es keine extra Optionen, sondern Slash HBC, Abkürzung Helfbar Colors. Und dann sehen wir hier, kannst alles mögliche anzeigen oder einstellen, wie du das halt haben möchtest. Und in meinem Fall ist es halt die Klassenfarbe, weil ich die Ansicht ein bisschen mehr mag als dieses Grüne, was standardmäßig ist. Und dann haben wir auch noch TomTom. TomTom ist ein Koordinaten-Add-on. Das heißt, wenn ich hier mit der Maus rumfahre, sehen wir oben einmal Spieler-Koordinaten und auf der rechten Seite sehen wir die Maus-Koordinaten. Das heißt, wenn ich irgendwas suche oder so, dann habe ich da nochmal eine Übersicht, um gewisse Dinge auf der Karte finden zu können. Außerdem kann man sich, wenn man sich Koordinaten einfügt mit Waypoint-Aussagen, das ist dann so Slash-Way und dann die Koordinate da hinten, dann kann man sich was anzeigen lassen auf der Karte. Also wenn man irgendwas sucht und jemand postet was. Mittlerweile gibt es ja auch schon hier automatisch diese Pings, die man scheren kann, über Steuerung links klickt. Das hat nichts mit dem Add-on zu tun. Das ist standardmäßig. Braucht man jetzt auch nicht mehr so unbedingt das Koordinaten-Add-on. Thema, was nicht ganz so viele interessiert, und zwar Haus-Dier-Kämpfe, also Pet-Battle. Dafür benutze ich insgesamt vier verschiedene Add-ons, die allesamt praktisch sind und ich würde auch alle vier nur zusammen benutzen. Das ist einmal Pet-Tracker, das ist einmal Pet-Journal-Enhanced, Pet-Battle-Scripts und Rematch sind die vier Add-ons, die ich empfehlen kann. Wenn ich also hier auf Kriegsmeutensammlung und dann auf den Haustierführer drücke, dann sehen wir hier schon mal wunderschön, die ganzen Pet-Übersicht sieht ein bisschen anders aus. Erstens haben wir eine genauere Pet-Übersicht, wenn wir auf die Pets drauf fahren. Wir haben mehr Suchoptionen, je nachdem, was wir sehen wollen, also gewisse Level, gegen was das Pet stark ist, Herkunft und so weiter. Kann auch sagen, wenn ich zum Beispiel nicht gesammelt, dann kann ich Herkunft, Beute, Quests und so weiter und dann finde ich halt die Pets leichter, die mir halt zum Beispiel fehlen. Außerdem, wenn ich auf Total, auf Total-Pets drauf drücke, links klick, kriege ich hier so ein detailliertes Fenster, sehe ich, wie viele ich habe, wie viele Rare sind, wie viele Max-Level sind und so weiter, Pet-Typen, Sources, Battles und so weiter. Wobei die Battles, glaube ich, ist erst neu jetzt mit dabei. Das kann man sich dann tracken lassen. Dann kann man sich hier Teams adden. Da kann man sich Teams importieren, wie von www-petguide.com Gibt es jede Menge Guides für alle möglichen Pet-Pattles in-game und dann kannst du hier automatisch rechtsklick zum Beispiel neue Gruppe machen oder Import Teams. Kannst du hier dann den Datei-String importieren. Könntest du hier dann hier auch so ein Skript adden. Das ist nicht gegen die TOS, das kann man ganz normal benutzt. Das macht nichts anderes als in einer gewissen Reihenfolge einfach die Fähigkeiten durchmachen. Dann tut man sich nochmal leichter. Man kann sich aber die Erklärungen ebenfalls holen. Dann sehen wir hier zum Beispiel Runde 1 Was mache ich wann? Das ist im Endeffekt das gleiche. Ansonsten Skript importieren tut man mit Rechtsklick drauf und dann kann ich hier Skript bearbeiten oder Sonstiges und dann sehen wir der Just einfach in einer gewissen Reihenfolge die verschiedenen Fähigkeiten durch. Das ist natürlich ganz praktisch. Wenn man Pet-Battlen will, kann man hier jederzeit zum Beispiel einen Gegner anvisieren. Das heißt, wenn hier ein Pet-Battle-Trainer ist und ich visiere den an, kann ich hier auf Laden drücken, wenn ich das Team importiert habe. Dann lädt er automatisch das Team und dann kann ich hier easy peasy den Mob mehr oder weniger überfahren. Und dann kann ich hier alle möglichen Teams importieren, jederzeit auch löschen. Ich habe hier so viele Sachen importiert, bei der Warwick-Finn habe ich noch nicht viele drinnen. Da sind wir zum Beispiel nur zwei Teams und da kann man dann jederzeit hin und her switchen, je nachdem, was man gerade braucht. Rematch zeigt unter anderem dann auch noch die Pets an auf der Karte, die einem fehlen. Die kann man sich dann alle tracken lassen. Ich habe es gerade ausgeschaltet, aber dann sieht man hier ganz viele Icons, wo diese Pets zu finden sind und Erklärungen mit dazu. Das hilft also allesamt bei den ganzen Pet-Battle-Achiefments, falls ihr die mal angehen möchtet. Dann gibt es noch zwei praktische Dinge, die ich für das Auktionshaus benutze. Einmal ist es Auktionator. Es gibt ja zum Beispiel TSM, wenn ich fortgeschrittene oder bei Weitem fortgeschrittene Variante. Auktionator ist mehr so, wenn man es nur ein bisschen benutzt, das Auktionshaus. Dann hat man hier bei Weitem mehr Tabs unten. Die kann man dann auch benutzen für Einkaufen, verkaufen und so weiter. Aber was man noch machen kann, ist mit Auktionator einen Scan zu starten. Wie gesagt, wenn man verschiedene Addons benutzt mit so Scan-Mechaniken, das AHA kann nicht permanent gescannt werden, sondern immer nur eine gewisse, also ich glaube alle 15 Minuten einmal. Und wenn man es gescannt hat, dann nimmt es die aktuellen Preise und zeigt diese automatisch auf den Items an. Das heißt, wenn ich dann hier auf dem Gegenstand drauf war, dann sehe ich schon Gold-Kiemenforelle, 19 Gold ist sie wert. Das stimmt allerdings nicht zu 100%. Wer Preise haben will, zu 100% stimmen, soll TSM benutzen, das ist aber bei Weitem komplizierter. Das ist mehr oder weniger die, sagen wir mal, Casual-Variante. Jetzt zum Beispiel das Scan durch. Jetzt schauen wir nochmal. 18 Gold ist ein bisschen gesunken, 19 Gold. Und je nachdem, sehe ich halt automatisch, wie viel diese Sachen wert sind. Wenn ich Shift gedrückt halte, dann sehe ich auch automatisch, wie viel der ganze Stack wert ist, den ich hier gerade im Inventar habe. Zum Beispiel der Staub gibt mir hier 4400 Gold. Kriege ich also relativ viel dafür, wenn ich den verkaufen möchte. Aber nochmal Achtung, die Zahlen, die ihr hier seht, bei der ganzen Anzeige, das sind immer die Zahlen zu dem Zeitpunkt, wo ihr gescannt habt. Wenn sich jetzt in den nächsten halben Stunde die Itempreise auf einmal halbieren, dann seht ihr halt die falschen Preise. Das gleiche beim Materialien ist es nicht so tragisch, weil die Preise nicht so hoch switchen, aber bei Items natürlich. Denn wer das nicht weiß, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nach Kupfererz suche, dann ist das EU-weit. Das heißt, ich sehe hier mehr oder weniger das ganze Kupfererz, was hier gerade mal heißt. Bei aktuellen Materialien natürlich mehr, weil wer farmt jetzt gerade Kupfer? Und da ist es halt unwahrscheinlicher, dass einer alles rauskauft und den Preis resetet. Aber bei anderen Items stimmt das dann nicht. Wenn ich hier zum Beispiel Rüstung schaue, das ist ja nur Server intern, die Rüstung aktuell noch. Und wenn da jetzt einer eine zerkratzte Panzerhose für 10 Millionen Gold reinstellt und ihr kriegt die gedroppt und ihr habt dann den Preis gescannt, dann steht da auf einmal 10 Millionen dabei. Das stimmt aber nicht. Das ist einfach nur, weil es gerade einer reingestellt hat. Also hauptsächlich ist es praktisch, um zu sehen, wie viel die Preise von den Materialien gerade am Start. Zweite, was ich benutze für das Auktionshaus, danach wurde ich sogar sehr oft gefragt und zwar ist das Profession Shopping List. Was ist das? Wenn ich hier zum Beispiel auf einen Beruf klick oder auf einen anderen Beruf von jemand anders klick, dann habt ihr hier eine Track Option. Das heißt, ich will irgendwas herstellen, jetzt sei es Transmog, seien es aktuelle Items, die ich haben will, dann kann ich hier immer draufdrücken und dann kann ich das zum Beispiel hier tracken. Dann kommt hier so ein Fenster und dann sehe ich, was ich genau brauche. Akirid 3 von 3 bis Mod 5 von 5 oder 35 von 5, vielleicht mehr ab und kristallines Pulver 70 von einem, was ich brauche. Und dann kann ich halt hier mehr oder weniger direkt die Liste zusammenstellen, was ich halt brauche für die Sachen, die ich herstellen will. Da kann ich natürlich dann auch für mehrere Sachen tracken. Das heißt, ich will jetzt hier 20 von diesen Roten herstellen und dann kann ich mir halt 20 hier tracken und dann werden mir halt auch die Sachen angezeigt, die ich dafür brauche. Brauche ich was nicht mehr, kann ich Rechtsklick drauf machen, dann wird es automatisch halt mehr oder weniger rausgelöscht, wenn mehrere Sachen drinnen sind. Wenn jetzt nur noch eins drinnen ist, dann kann ich hier ganze Liste clearn und dann ist ja alles wieder automatisch raus. Das heißt, das ist ganz, ganz praktisch, wenn ihr halt irgendwelche Sachen shoppen wollt für Berufe, gerade wenn ihr irgendwie irgendwas mit Gold am Hut habt und da irgendwie mehrere Sachen hinterher schaffen wollt, dann ist das sehr, sehr nice, um Dinge herzustellen. Und damit kommen wir zu den letzten zwei Addons, den Anfang machen wir mit Trufi GCD. Auch ein Addon, nachdem ich oft gefragt wurde und das ist einfach nur eine Anzeige für euch als Zuschauer, was ich drücke. Deswegen habe ich das, ich glaube, dass ich nicht auf mich selber schauen kann, was ich drücke, sondern das ist für euch, um zu sehen, was ich drücke. Das seht ihr immer rechts über den ganzen Mounts und Special Dingern. Das heißt, wenn ich hier anfange, Damage zu machen, dann seht ihr immer die Abfolge der Buttons, die ich hier mehr oder weniger drücke. Das ist immer ganz praktisch, wenn man halt nicht unbedingt weiß, wie die Rotation richtig geht oder sonstiges und ich Sachen erklären will, dann kann ich halt immer genau zeigen, wie ich halt, ja, genaue Rotationen oder sonstiges drücke. Das ist immer ganz, ganz nice als Zuschauerperspektiv und da ist halt alles gelistet, was man sehen möchte, auch Mounts und Co. Das heißt, wenn ich aufmonte, dann wird das genauso drinnen angezeigt. Wenn ich das jetzt irgendwie konfigurieren will, das Addon, dann kann ich hier auf Escape-Optionen, Trufi GCD und dann sehen wir hier alles. Ich würde euch empfehlen, schaltet alles aus, außer euch selber, also Player. Alles andere ausmachen, dann könnt ihr hier auf Show drücken und dann seht ihr eh, ist hier die Leiste, die Leiste kann ich hier rumrufen, kann ich sie zum Beispiel hier ein bisschen mittiger machen und wenn ich das habe, wie es passt, dann wieder Settings, drückt wieder Hide und das war es mehr oder weniger und wenn ich dann hier aufmonte, sehen wir das Mount ploppt auf und dann habe ich das zum Beispiel gecastet und das gleiche gilt halt, wie gesagt, für alle möglichen Damage-Fähigkeiten, mit denen ich hier irgendwie reinballern kann. Sehr praktisch für die Übersicht. Das letzte Addon, das ist wirklich Pflicht, wenn man hier in meiner Gilde spielt oder wenn man generell ein ziemlicher Twitch-Nerd ist und zwar ist das Twitch-Emotes V2. Was macht das? Man kann mit diesem Addon mehr oder weniger die Twitch-Emotes im Chat sehen. Das heißt, wenn ich hier jetzt Vorheit eingebe, dann sehe ich halt das Emote hier und da gibt es halt unzählige Emotes, die man halt benutzen kann und dann sieht man das automatisch. Wurde ein paar Mal im Let's Play gefragt, weil das in den Briefen und so weiter dann auch immer drinnen ist, wenn man da halt irgendwas eingibt und dann sieht man das halt. Wenn ihr nicht wisst, wie ein gewisses Emote heißt, könnt ihr Doppelwungs davor machen und dann zum Beispiel was eingeben und dann sehe ich hier alle möglichen Emote-Varianten, die es halt gibt. Kann dann einfach hier hoppala, kann dann einfach hier zum Beispiel draufdrücken oder auch nicht, lässt er mich gerade nicht, aber ich kann es dann einfach abtippen. dann kann ich das und posten und dann habe ich das Emote mehr oder weniger im Chat. Bei uns im Gilden-Chat wird ziemlich viel in Emotes geschrieben, deswegen, wenn man das nicht hat, dann versteht man meistens den ganzen Gilden-Chat nicht. Das war es auch schon mit meiner Übersicht zu allen Addons, die ich aktuell in The War With In benutze und ich glaube auch nicht, dass da noch irgendwas dazukommt oder wegkommt. Da bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit den Addons, die drinnen sind. Weaker Aura zum Beispiel benutze ich eigentlich gar nicht mehr. Das Standard in der Phase hat ja eigentlich eine perfekte Übersicht für mich. Ab und zu vielleicht kommt irgendwas, dass ich mal wieder runterlade, aber das habe ich momentan gar nicht mehr mit dabei. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, dass euch helfen konnte. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, wie immer, ab damit unten in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao. itss Vielen Dank.